Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vakuria Chronicles Auf in die Schlacht, würde ich sagen Mal gucken, wie lange diese Schlacht hier dauert Was ich machen muss Aha, da sind die Switches Heißt, da sind die Stangen Also Mien So, 10 Einheiten Also einmal Alicia Auf jeden Fall mindestens einen Engineer Vielleicht sogar zwei Auf jeden Fall Lago Ein Sniper Da nehme ich glaube ich noch Melville mit Und wem noch Ein weiterer Von Weiterer Lancer Oder ein weiterer Von denen hier Na gucken, ob ich es schaffe Was ich? Die Switch sind drei Wie soll ich werden? Da Glenn askier Das Die Switch sind estabrenzt. Wir wollen alle Aangebd Das sind die LKA Wir wollen alle Sie werden und nicht Das ist Wir wollen Zeit Ein Gatlin-Bunker. Man könnte sich da hinschleichen. Okay. Auf wen hast du denn Sicht? Auf den! Okay. Der erste Schütz ist hier. Der zweite da und der dritte hier. Das ist die Frage, wen schicke ich zuerst? Wer ist denn noch so? Kein. Oh, das? Ah, oh. Tietchan. Oh, well, now, I'll have it. Ooh. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. I can't go. Okay. Lago, du bist dran Da kam wieder der Veggie-Maniac in ihm raus Das war nicht das, was ich treffen wollte Das war mein Geheimnis So, Alessia, du gehst mal voran. Du gehst mal hier voran. Liegt da also einer in Gras? So, Alessia, du gehst mal. Geh, du gehst mal. So, trifft bitte Das ist ein Cannon Bunker, okay Also, mit wem gehe ich da hin? Wo geht's der Mannach? Oh, da ist ein Panzer, da ist ein Panzer, da ist ein Panzer Das gefällt mir ganz und gar nicht Oh, wow Da schießt du doch mal? So, wie mache ich das jetzt? Dem Passer muss ich von hinten ankommen Okay Du kommst mal hinterher Du machst da mal ein paar Mimen weg Oh, du kommst mal hier So, hier ist das ein Panzer Geht, du kommst mal wieder Du kommst mal, du kommst mal wieder So, das ist das, ich weiß nicht Schon mal, du kommst mal, du kommst mal Ja, du bist weg, du Panzer. Oh, da ist noch ein Panzer. Ich glaube, ich muss dich da wegbewegen. Und ich habe dieses Rad. Ich glaube, ich muss dich da wegbewegen. Wie mache ich das jetzt? Du musst aber zurück. Wie nehme ich denn? Das ist ein Panzer, oder? So, der ist weg Das war wichtig Da rennt auf jeden Fall einer Weißt du, dass da einer ist Das war's Das war's für mich. Da sind auf jeden Fall ein paar Minen. Ich kann den nicht genau treffen. Kann ich das schon einnehmen? So, das ist schon mal aktiviert. Wann sind das viele Minen? Da ist auf jeden Fall ein Panzer. Das war's für mich. Das war's für mich. So, ich hole dich mal dahin. Da ist noch ein Panzer. Der nach da gerichtet ist. So, ihn muss ich mal ein bisschen hinterher schicken. Mal gucken, was jetzt passiert. Oder oben ist es ein Sniper. Gut, dass ich mich da platziert habe. Also, in der Mitte lang zu gehen, macht keinen Sinn, denn da sind Mieden in Massen. Da sind über zwei Leute. Was? Wieso schießen sie dahin? Vor allem, warum schießen sie auf die eigenen Leute? Da ist einer. Von denen. Deshalb muss ich die da loswerden. Also, das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Ha ha ha, der ist weg. So, Panzer, du bist dran. Zurück hierhin. So, Panzer, du bist. So weitern Panzer sehe ich nicht. Ha, jetzt ist er weg. Der hat sogar ganz eigenen Namen. So zeigt mal ein bisschen meinen Lenzer ein bisschen in die Nähe zu bringen. Das war's für mich. Das war's für mich. Wo willst du denn hin? Ich sehe nicht, wie du da ankommst. Wer dicht wird, zurück zu erobern, ist ja einfach. Der Sniper da. Der Leben. Der Sniper. Das war's für heute. Warum da? Warum immer auf die eigenen Reihen? Das war's für heute. Was hält denn der aus? Das war's für heute. Das war's für heute. So, bei dem muss ich Hilfe holen. Du holst dir mal das Camp zurück? Und halt's nicht mal. Mann, ich muss fließen. Mann! Niesreize sind blöd. Moment, wo ist das jetzt? Das war's für heute. Oh, und jetzt kommst du mal nach. Das war's für heute. Wieder Verstärkung. Boah, wie viel Verstärkung haben sie geholt. DER NEBEN! Das war ein Kopfschuss Ich sehe dich Und da kommt noch einer Die Zielseite muss ich verstärken Da kommen viele Indirekter Treffer Jetzt hat es den getroffen Na, wo schießt du diesmal hin? So viele So, du kümmerst dich mal um diesen Typen da Du sammelst bei denen da ein Ich muss langsam zu diesen Switchen hin kommen können Natürlich daneben Wie sagst du eigentlich volles Leben? Wie sagst du nicht? Ja. Kann ich mich vielleicht schon da drauf schleichen? Das ist die Frage. So, Verteilung stärken. Ich war mit ihm der. Okay. 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 Hey, Rosi ist ja noch hier hinten. Ich muss ihn mir nachholen. Okay. 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 Da ist doch ein Panzer. Ich sehe dich. Au ah Au Au Und ich überziehe wieder War wieder richtig Da sind ein paar Seinsäge kaputt gegangen Wohin diesmal? Oh Okay Sie muss sich wegbewegen Ich muss irgendwie da rankommen Also ich würde sagen Mache hier erstmal einen Cut Und bis zum nächsten Part